Auch Sonntag früh um acht wird das warme Brechen gebracht. Schau noch mal. Oh, wer kommt denn da? Ja, ich sehe, es wird so, wie ich mir das vorgestellt habe. Oh, ja, 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 ich weiß, nach so einer kalten Nacht. Huhu, nicht. Ah. Geh mal, Dicke. Muss ich schnell mal was machen. Der Herr bettelt schon. Ja, geht ja gleich los. Wenn ich wüsste, was du hier angestellt hast. So. Naja, hält der jetzt mal. Das ist deiner. Die Decke sitzt hoch. Das sieht man gerne. Na, du kannst doch schon mal ran mit Dusselchen. So, komm, Süße, komm. Muss ich nachher neu machen. So. Kann ich erstmal hier draußen machen. Es funktioniert. So. 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 Ich stelle fest, mein Plan funktioniert. So. 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 Und dann hier, ja. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.